Musik Willkommen, dies ist Radio IBS Liberty. Heute ist Montag, der 9. März 2009, die Tageslosung. Wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und seiner Stimme gehorchen. Joshua 24, Vers 24 Paulus schreibt, wir beten alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig mache der Berufung und vollende alles Wohlgefallen am Guten und das Werk des Glaubens in Kraft. 2. Thessalonika 1, Vers 11 Das war die Tageslosung für Montag, den 9. März 2009. Ich wünsche Ihnen einen guten und angenehmen Tag und eine gute Woche. Dies ist der internationale Dienst von Radio IBS Liberty, Independent Broadcasting Service Liberty, England, United Kingdom. 2. Thessalonika 1, Vers 21